Herzlich willkommen zur RN-BVB-Vorschau vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Richtig. Bei mir steht der Kollege Jürgen Kors und Jürgen, ich habe hier unsere Ruhrnachrichten von Freitag liegen. Wie in besten Zeiten, bereit für Großes, ein sehr, sehr guter Spirit. Geht das jetzt einfach alles so weiter? Ja, das hätten natürlich rund um Dortmund alle am liebsten. Abwarten muss man trotzdem, denn der Lauf ist natürlich großartig. Bei Borussia Dortmund gelingt gerade alles. Die Mannschaft spielt tollen Fußball, schießt hohe Siege heraus und begeistert die Fans. Und da ist in Deutschland und auch darüber hinaus gerade eine der Mannschaften der Stunde. Aber trotzdem, der nächste Gegner macht es schwer. Drei Tage Pause nur, wenig Zeit zur Regeneration. Und gegen Hertha muss man tatsächlich ja wieder, so blöd das klingt, auch mal bei null anfangen. Und Tore zu erzielen gegen diese Mannschaft ist eh schon schwer. Unangenehm zu spielen sind sie auch. Und wenn der BVB, ja, das alles, was er zuletzt beherzigt hat, mitnimmt, dann ist da auch wieder ein Heimsieg drin. Aber da darf nicht so viel fehlen, gerade von diesen Details, von den Kleinigkeiten, von den kleinen Laufwegen arbeiten, die man so auf dem Feld verrichten muss. Von daher, ja, kann man durchaus guten Mutes ins Stadion gehen. Ich glaube, die Stimmung rund um den BVB ist glänzend. Aber allzu hohe Erwartungen, da würde ich vorher warnen. Das Krasse ist ja, wenn man im Stadion ist und in der letzten Saison oder auch davor hatte man mal so Momente, wo du, wenn du so 0-2 hinten gelegen hast, so nach, weiß nicht, einer Stunde, teilweise manche vielleicht schon nach Hause gegangen und du sagst, das wird hier eh nichts mehr. Jetzt kannst du dir bis zur 88. Minute nicht sicher sein, ob Favre nicht noch den Busfahrer einwechselt und der da noch einen rein nickt und sich das ganze Spiel dreht. Wie machen die das? Ja, tatsächlich eines der großen Stichworte vor der Saison schon, Mentalität. Und die stimmt einfach unfassbar gut auf einem richtig hohen Niveau. Da ist ganz viel Gier, da ist ganz viel Lust, Erfolgswille, Leidenschaft. Und ja, seit dem Pokalspiel quasi, dem ersten Pflichtspiel in dieser Saison, wo der BVB ihn führt, kurz vor knapp oder eigentlich schon nach der offiziellen Spielzeit erst den Ausgleich geschafft hat und kurz vor dem Elfmeterschießen noch den Siegtreffer erzielt hat, seitdem glaubt diese Mannschaft immer wieder an sich und hat es in mehreren Partien ja auch unter Beweis gestellt, dass sie immer zurückschlagen können. Ja, und das natürlich schafft das Selbstvertrauen, das schafft Mut, das flößt auch den Gegnern Respekt ein. Und ja, in den letzten vier Ligaspielen hat der BVB immer viermal getroffen, da war es dann hinten raus nicht mehr so knapp, außer gegen Augsburg spielt. Ja, der BVB ist erst bezwungen, wenn das Spiel abgefiffen ist und das ist bislang in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen. Hertha will es als Erste schaffen. Ich darf verraten, du als gemütiger Berliner, dich interessieren zumindest die Ergebnisse von Hertha BSC. Eine gewisse Affinität. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Ja, euer Manager, Herr Preetz, hat gesagt, wir wollen die Ersten sein, die den BVB-Lauf stoppen. Ich frage dich, traust du der Hertha das zu? Bayern haben sie bezwungen, 2-0, Gladbach haben sie bezwungen, 4-2. Was ist in Dortmund drin? Das war alles zu Hause und ich hätte tatsächlich auch die Frage gehabt, was würdest du jetzt tun als Pal Dardai, dessen zweiter Vorname ja Mentalität ist. Aber wenn du jetzt hier in Signal Luna Park kommst, 80.000, klar, das kann auch pushen, wenn man als Gästemannschaft hierher kommt. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich meiner Mannschaft, gut, ich habe auch keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich habe einige Spiele zwar vom BVB gesehen und vielleicht findet man noch irgendwelche Lücken, aber ich stelle es mir echt schwer vor, eine Mannschaft vor so einem Spiel so heiß zu machen, außer mit der Aussage, hier hat noch keiner gewonnen, wir wollen es zuerst machen. So viele Lücken bietet der BVB, glaube ich, nicht an. Nee, wenig. Am Anfang war ja hochgelobt auch die Offensive, inzwischen steht auch die Defensive richtig gut, trotz Personalproblemen, ohne Akanji, ohne Marcel Schmelzer. Trotzdem funktioniert es, irgendwie geht gerade alles. Favres goldenes Händchen ist beschrieben, hast du gerade auch schon angesprochen. Trotzdem war Hertha immer ein unangenehmer Gegner. Sie haben oft mit direkter Verteidigung Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld gespielt und das schmeckt natürlich überhaupt keiner Fußballmannschaft. Und Dardai, wenn er mit zweitem Vornamen Mentalität heißt, heißt er mit drittem Vornamen Männerfußball. Also da tut es auch richtig weh, wenn man gegen Hertha spielt. Und das werden sicherlich zwei der Bausteine sein, die die Berliner hier irgendwie ins Spiel werfen wollen. Mal gucken, so ganz ungefährlich sind sie ja auch nicht. Der Duda trifft ganz gut, der Dilrosun auf linksaußen macht richtig Betrieb. Ibisevic trifft zwar lieber zu Hause, aber trotzdem darf man ihn auch nie aus den Augen lassen. Und ja, mit Jahrstein haben sie einen richtig guten Keeper im Tor. Also da sind schon Komponenten dabei, die auch erklären, warum die Berliner gut in die Saison gestartet sind. Ja, was Hertha halt ein bisschen fehlt, ist seit der Grujic-Verletzung, den sie ja von Liverpool ausgeliehen haben, ist dieser, er wird in Berlin, ist der erste Box-to-Box-Spieler, der bei Hertha seit Jahren spielt, der wirklich am eigenen Strafraum mit Ball abholt, nach vorne treiben und das auch kann. Und seit er weg ist, ja, Bayern geschlagen, stimmt. Das war, glaube ich, auch ein anderes Spiel. Aber dann hast du halt jetzt in Mainz 0-0, zu Hause gegen Freiburg 1-1. Kann man jetzt darüber sprechen, ob das unverdient war oder nicht, aber es stehen halt Ergebnisse da gegen Mannschaften, die ja unten stehen. Mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass Hertha das auswärts jetzt in Dortmund abrufen kann. Und ich glaube auch deswegen, dass es ein schöner Nachmittag für die schwarz-gelben Fans wird. Die Kollegen vom Tagesspiel haben getitelt, Hertha ist besser gegen die Besten. Und da der BVB-Moment das Maß aller Dinge ist, könnten sie das ja nochmal unter Beweis stellen. Wie sieht das personell aus? Grujic hast du angesprochen. Ja, sonst fehlt, glaube ich, nur Toruna Rieger. Aber Rieke kehrt zurück, Stark kehrt zurück. Also defensiv wird das schon ein Paket sein. Jetzt ist die Frage, wie er vor der Abwehr aufstellt, weil das, glaube ich, die wichtigere Position gegen Dortmund ist. Also ja, die Innenverteidigung, okay. Aber dass man verhindert, dass die außen und so da reinkommen, wird schwierig. Ich bin gespannt, weil man, glaube ich, gerade gegen Dortmund die Außen extrem gut besetzen muss. Plattenhardt ist ein guter Außenverteidiger, gerade defensiv. Auf der rechten Seite haben wir eigentlich nur offensive Außenverteidiger. Jetzt sage ich schon wir. Hat Hertha eigentlich nur offensive Außenverteidiger? Das wird eine Aufgabe, da zuzumachen. Also generell gegen BVB. Ja, beim BVB fehlen weiterhin Schmelzer. Auch Akanji wird ausfallen. Thomas Delaney hat ja Probleme am C gehabt nach dem Spielgang Atletico. Könnte aber spielen. Ich vermute trotzdem, dass Favre einfach schont. Und ihn sagt irgendwie, wir haben Alternativen wie Mahmoud Dahoud oder Julian Weigl, die man dann auch mal eben ins Rennen werfen kann. Sind ja auch jetzt nicht so schlechte Jungs. Ob Paco Alcázar rechtzeitig fit wird, ist offen. Also er hat schon wieder trainiert mit Ball und ist gelaufen und so weiter. Aber auch da glaube ich keine Not, wenn man irgendwie Alternativen hat, die man da einsetzen kann. Dann kommt er halt wieder von der Bank und macht dann in 20 Minuten zwei Tore. Wer die Qual der Wahl hat und sich solche Luxusoptionen leistet, der ist gut bedient. Und man muss auch sagen, dass Karim Rekig und Fabian Lustenberger oder wer auch immer da in einem Abwehrzentrum auf der Sechspiel sind, keine Godins. Und wenn gegen Hertha ein Götze da auftaucht, der, finde ich, eine starke Kurve nach oben zeigt, könnte das schon reichen, ohne sie jetzt zu schlecht zu machen. Ja, Favre ist ja ehemaliger Berliner. Seine erste Station in Deutschland war die Hertha. Anderhalb, zwei Jahre richtig erfolgreich. Das waren sehr schöne Jahre damals. Ja, zwei Spielgage vor Schluss, noch mit Titelchancen, bis dann sein etwas krachendes Ende nahm. Aber seine Bilanz gegen die Hertha ist seitdem ziemlich spannend. Oder insgesamt, er hat neunmal gegen die Berliner gespielt, sechsmal gewonnen, zweimal in der Schiene gespielt und nur einmal verloren. Von daher, wenn einer Berlin kennt und weiß, wie man die Hauptstädter schlägt, dann ist es Lucien Favre. Ja, wobei tatsächlich nur noch Fabian Lustenberger und Paldade da sind, von denen, die damals, die er geholt hat oder wie auch immer. Aber ja, das stimmt, der kennt, aber ich kenne, glaube ich, also wie ist die Bilanz gegen andere Gegner, das müssen wir nicht mal gucken. Er ist einfach sehr erfolgreich. Auch überragend. Lustenberger hat übrigens, wenn es jetzt nicht zu lang wird, will ich die Anekdote noch eben erzählen, berichtet mal, wer auch als junger Schweizer von Favre zu Hertha geholt wurde und sie dann nach dem Training immer Passspiele geübt haben. Zwei Ballkontakte, es gab zwei Regeln. Erstens, Favre gewinnt immer und egal, wo er den Ball hinspielt, wenn Lustenberger ihn nicht zurückbringt, war es sein Fehler. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber er hat ihn gepusht. Das war der erste polyvalente Spieler, den Hertha damals geholt hat. Ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ja, beim BVB sieht man, was so Kleinigkeiten ausmachen. Also ich erzähle auch noch eine kleine Anekdote zu Dante, der damals zum besten Abwehrspieler der Liga wurde, glaube ich, als er bei Gladbach unter Favre war. Und er hat ihm einfach nur gesagt, achte drauf, wann der Gegenspieler den Ball zum Führen berührt, also wenn er auf ihn zustürmt und gehe genau dann hin, wenn er den Ball gerade zum Führen, den nächsten Kontakt genau dann hingehen, weil dann kann er ihn nicht kontrollieren. Und wie viele Zweikämpfe, der dann einfach nur mit einem langen Bein, weil er genau im richtigen Moment drauf ist. Und das sind so Kleinigkeiten. Wenn du den zwei, drei Kleinigkeiten jedem einzelnen Spieler, dann kommt das raus, was gerade beim BVB passiert. Das ist Wahnsinn. Bestätigung erfolgt vielleicht am Samstag um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park. BVB gegen Hertha BSC. Tippen wir hier? Das können wir tun. Tu es. 2-0. Ja. 3-1. 3-1 geht es aus. Ei, ei, ei. Nur nach Hause gehen wir nicht. Doch, ich jetzt. Schöne Spiel.